Neuer Eingriff in die Elternrichte. Berlin hat getan, man möchte beinahe sagen, schon wieder. Aber diesmal betrifft es den Senat ein Skandal rund um Impfung für Kinder ab zwölf Jahre. Warum ich es unverantwortlich finde, was die Gesundheitssenatorin gemacht hat, erkläre ich euch in diesem Video. Schön, dass ihr heute Abend hereinschaut auf Familienrecht bei mich, Herr Langhans. Die Nachricht der Bild-Zeitung ist für mich die Nachricht des Tages skandalös und nicht hinnehmbar. Die Gesundheitssenatorin in Berlin hat alle über zwölfjährigen Schüler angeschrieben, um diese für die Impfung zu gewinnen. Ein neutrales Schreiben, da könnte man noch drüber nachdenken, ob sowas zulässig sein darf angesichts der Pandemie. Doch Neutralität fehlt in dem Schreiben vollkommen. Nachteile, Impfschäden werden nicht erwähnt. Auch wenn das Risiko gering ist, wenn man Kinder und Jugendliche verantwortungsvoll an dieses Thema heranführen möchte, dann muss man sie auch wie junge Erwachsene behandeln und nicht einfach falsch und fehlen für mich. Gerade nicht in diesem so sensiblen Thema. Der zweite Punkt natürlich, nur die Impfung kann retten. Die Versäumnisse in der Schule, in der Pandemie, zu wenig oder zu spät gekaufte Luftfilter, keine Konzepte für Homeschooling und Co. All das spielt natürlich keine Rolle. Jetzt müssen die Kinder ihre Großeltern, Eltern die anderen retten. Und da ist es der psychologisch schwierige Part. Kindern wird hier vorgegaukelt, dass sie die Verantwortung tragen können, wenn jemand an der Pandemie stirbt. Absolut nicht nachvollziehbar. Auch ganz klar geklärt, dass das eine Kindswohlgefährdung per se darstellt. Denn einem Kind hier schlechtes Gewissen zu machen und dann zu erreichen, dass es sich impfen lässt, ist unverantwortlich. Der dritte und wichtigste Punkt für mich aber ist, so ein Schreiben darf nicht unter Umgehung der Eltern rausgehen. Die Eltern tragen die Sorge auch im medizinischen Bereich. Sie müssen, und das weiß die Gesundheitssenatorin, deshalb schreibt sie es ja auch, sie müssen mit zur Impfung kommen oder zumindest eine Einwilligungserklärung abgeben. Wir alle wissen, eine Spritze ist eine Körperverletzung, die kann nur gerechtfertigt sein, wenn die Einwilligung erfolgt oder wenn sonstige Aspekte gegeben sind, was wir hier natürlich nicht haben. Und genau so darf man dann ein Kind nicht manipulieren an den Eltern vorbei. Die Familie ist mir heilig und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Dieses Video ist kein Anti-Impf-Video, es ist aber auch kein Pro-Impf-Video. Es ist ein Pro-Familien-Video. Start raus aus der Familie. Eltern entscheiden und nur wenn sie falsch entscheiden, wenn sie Fehler machen, dann kann bei überwiegendem Interesse das staatliche Wächteramt eine Rolle spielen, da sie im Übrigen bei der Gefährdung von anderen natürlich hier keine Anwendung finden kann. Systematisch vollkommener Blödsinn, dass Franziska Czivey, die ehemalige Familienministerin, jetzt in dieser Stadt auch noch Bürgermeisterin werden möchte. Das passt zum Bild der Unfähigkeit, aber natürlich wollen wir nicht erwähnen, dass NRW mit Armin Laschet die gleichen Voraussetzungen an Unfähigkeit, vielleicht sogar noch in einer höheren Qualität erfüllt. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, es darf nicht sein, dass hier Adressen missbraucht werden, dass staatliche Kompetenz missbraucht wird. Wenn man so ein Schreiben schon macht, dann lasst es die STIKO verfassen und lasst auch ordentlich und ehrlich auf die Risiken hinweisen. Risiken sind da, egal wie klein sie sind, egal wie unbedeutend die Risiken sind. Das muss erwähnt werden, wenn man medizinisch ordentlich aufklären und Werbung machen möchte. Wir leben nämlich nicht in einer Zeit, wo die beste Werbekampagne gewinnt. Wir leben in einer Zeit, wo hoffentlich jeder am besten durch die Pandemie kommt. Wie ist eure Meinung zum Thema? Würde mich freuen, diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren oder natürlich auf familienrecht.aktivnews.tv Servus!